Ein angeschlossener Hausmeister vor einer Schule, ein bewaffneter Täter und 20 jugendliche Geiseln bildeten am 16. Juni ein Unglücksszenario in der Grafjord-Kaserne am Mönesee. Das HAMA-BFS-Schulungszentrum inszenierte dieses Horrorbild im Rahmen eines 24-stündigen Trainings für angehende Notfall- und Rettungsmediziner. Die Teilnehmer des Rescue Biwaks sollten unter möglichst realistischen Bedingungen die Bergung, Rettung und Versorgung von Verletzten trainieren. Zur Erhöhung des Stressfaktors kamen sowohl Platzpatronen als auch geschminkte Schauspieler zum Einsatz. Okay, erst mal, sieh zu, dass wir den hier rauskriegen. Komm, komm. Es sind Schüsse der Panzerkruhe, Bein, setz, setz, gehen wir hin. Ich hab die Geile. Hau und ab! Soweit ist die Balltein nur schwindelig, sonst ist alles gut, ne? Ja. Hilfe! 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 Winner, Winner! Wir haben alle angeschoben! Wir haben alle angeschoben! Schimper! Schauen wir mal einen Sportplatz. Ja, mit viel Sicherheit. Ja, du bist. Ja, du bist. Du bist. Nein, das bleibt. Und wenn jetzt noch mehr Leute kommen, wo setzen die sich dann hin? Wie bitte? Ich weiß nicht, wo der hin ist. Aber da ist er ja. Zu meinen Kollegen kann ich jetzt. Ich weiß nicht, dass wir noch ausfüllen. Ja, ja, ja. Warum hat... Hör mal! Mach dich für eine trockene Vorbestellregel. Ich möchte sagen, was ich denke. Ja, ich möchte sagen, was ich denke. Ja, ich möchte sagen. Ja, mach ich. Ja, ich möchte sagen, ich möchte sagen, aber ich möchte sagen. Das ist okay. Ja, das war richtig. Ja, ich möchte mich nicht mehr auf. Die Stadt ist in der Nähe von der Stadt. Danke! Untertitelung des ZDF für funk, 2017